Die Hände bleiben raus, ok? Ich zeig dir, wie das Land hält. Ganz ruhig in die Ecke. Da hältst du es fest. Weiter rüber. Mit der Hand rüber, damit das Ding weiter in der Mitte hält. Mit der Hand rüber. Jawoll, so hältst du es jetzt einfach. Das ist ein Mütz. Das ist ein Mütz. Lecker, die Hände. Ja. Das ist ein Mütz. Oh mein Gott, wie das ist. Das ist ein Mütz. Ist der feicht gekocht, ist das Gleis? Ist es? Ich glaube das ist hoch. Ist es gut. Klar ist es gut. Ich glaube, wenn es hoch wird, wird es mehr Blut. Ne, ne, ne. Das ist auch gut, wenn es hier ausgedehnt wird. Es wird ja ausgedehnt. Ich glaube, es wird noch mal schön. Fein. Mhhh, klingt gut. Das sieht durch das Licht so weiß, dass die Brotung eingetragen wird und es nicht so weiß. So, fertig. Schön. Pass auf, so sie können nicht tropfen. Kommt der Leiter runter? Gut. Das war ich jetzt einfach. Gut, war's schon.